Vierter! 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 Und da ist zunächst einmal auf der Reservebank unser Torhüter mit der 33, Janoslaw! Raffi! Sie gehen dann dabei unsere Nummer 4, Robas! Raffi! Mit der Nummer 7, Florian! Raffi! Mit Steroy! Raffi! Raffi! Er wartet auf seine Anwechselung und Tore! Die 15, Claudio! Raffi! Raffi! Und auch wieder dabei die 29, Serge! Raffi! Und dann freuen wir uns auf die 54, wieder die Kader! Philippe! Raffi! Aufgenommen! In der Formszeit bestehen ist unser Torhüter die 42, Felix! Raffi! Mit der Nummer 2, Santi! Raffi! Raffi! Mit der 10, Max! Ruffi! Ruffi! Und der 13, Milan! Raffi! Raffi! Und dann kam die 16, Zlatko! Raffi! Raffi! Mit der 18, Niklas! Raffi! Die 22, Finn! Raffi! Die 23, Theo! Geht in Raffi! Und zurück im Team, die 26, Lavin! Raffi! Raffi! Und die 27 ist Florian! Raffi! Und die 35, Maximilian! Raffi! Und das ist unser Torhüter, Alexander! Ruffi! 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 Und Spitzstern Nummer 2! Das sind wir! Das ist wir! Das sind wir! Das 106. Ruffi! 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 Applaus Applaus Applaus